Musik24 lanciert die grosse Fernsehgala am Samstag 25. März 2017 im Hotel Arte in Olten. Marcello Alexander präsentiert das erfolgreichste Schlagermusiktrio aus dem Tirol, die Atlantis. Monique, jeder kennt sie, seit sie den Internationale Grand Prix der Volksmusik gewonnen hat. Graziano, der ist Musesänger aus dem Südtirol. Unsere Michelle Kisling wird überraschen, das Duo Mirendos, der Reis Hauri, 6 Mal, 6 Mal Stimmung und Musik zum Mitklatschen, die Alperaudis. Und die Yolanda gibt ihr Debüt im Fernsehen als Sängerin. Und Eichblatt, er präsentiert Schlager von gestern. Marcello Alexander mit dem Fernseh Musik24 lanciert noch zu einem weiteren grossen Highlight in. Das Duo Rebiz präsentiert zum ersten Mal die neuen Titel von ihrem neuesten CD-Album «Sommernacht am Meer». Die CD wird auch gerade während der TV-Aufzeichnung gebührend tauscht. Ich hab Sehnsucht, hab Sehnsucht, hab Sehnsucht nach dir allein. Und lass mich noch einmal nur deine Nähe spür. Ich will immer nur ganz bei dir sein. Mariana, ich denk nur an dich, du kommst vom Himmel nur für mich. Und wenn du auch kein Engel bist, ich hab dich vermisst. Mariana, du bist mir zu sehr. Es ist aus und vorbei, du bist wieder frei. Warum willst du das so sehr? Kann doch gar nichts dafür, du willst nichts mehr von mir. Warum brauch ich dich noch mehr? Es ist aus und vorbei, du bist wieder frei. Trotzdem denke ich an dich und versuch, dich zu vergessen. Doch mein Herz erinnert sich. Im Eintrittspreis zu diesem Musik-Event mit TV-Aufzeichnung ist inbegriffen, das Willkommensgetränk ab halb sechs Uhr. Ein Essen, Salat, ein Wahlmenü und ein Dessert. Und jeder Besucher bekommt das Neue an diesem Abend hier auf dem CD-Album von der Abiz. Also, jetzt reservieren.